Was geht ab Leute? Auf dem Weg zum Funtainment. Ich habe doch gesagt, das ist kein April-Sherz. TBT wird für einige Episoden, einige Videos für einige Zeit zurückkommen. Natürlich nicht regelmäßig, aber Chong's Turnier steht vor der Tür. Zumindest ein One Piece Turnier. Und dann Ende oder Anfang nächsten Monat das Yu-Gi-Oh! Turnier. Alle Informationen unten in der Beschreibung. Und wir treffen uns jetzt erstmal im Funtainment. Und drehen ein paar Videos, ein paar Promoclips, so wie früher, was weiß ich. Ich habe mir ein paar Videos überlegt, die kommen natürlich für euch so, just for fun. Ich schwöre, ich hätte es echt niemals geglaubt. Aber we are back, mein Gott. Was ist da los? Hey, hey, oh mein Gott. Richtig komisch, mein Beispiel. Ja, war richtig komisch, mein Beispiel. Richtig komisch. Wir sind alle gealtert, aber noch. Oh mein Gott, wie geht's denn? Ich habe noch ein ganzes Kleck ausgedacht. Ich will's doch alles vom Lamp-Rimble oder nicht. Ja, das ist safe für dich neben. Jetzt ist nicht mehr das gleiche wie früher. Warum nicht? Ja? Warum nicht? Ja, früher waren wir in dem Raum drüben. Und da war einfach viel mehr los so. Achso, ja klar. Viel mehr da waren. Boah, das war geil. Diese Weib, ich weinen gleich auch. Ich will nicht mehr. Du hast noch Glück gehabt. Du bist genau gekommen als Leute, die überhaupt hier waren. Da waren gar keine Leute. Das wäre traurig gewesen. Das wäre echt traurig gewesen, ja. Junge, seitdem ich hier sitze, da sind die Leute gekommen, ich bringe Glück. Ja, das ist echt so gleich wie ich hier sitze. Ja, das bringt mir Glück, Mann. So, wo wird dann bitte hier noch gespielt dann? Ja, ganz hinten. Da drüben. Auf der Spielfläche. Kennst du was du da, oder? Nein. Das zeig ich dir das. Okay. Ganz woanders. Die andere Zeugel haben wir aufgecheckt. Anders verschwendet. Ganz woanders. Ich hätte normalerweise Tati mitgeschickt, damit es jetzt zeigt, aber nein. Er bleibt hier. Ich zeig's dir. Ich versuche Wettkämpfer zu werden. Echt, oder? Ja. 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 Aber anstrengend. Das ist übel. Ich hab mit der Boxskurt fahren gefangen. Ja. Ich war bei einer Trainingseinheit. Ja. Ich war dann absolut. Ja, ja. Wirklich. Das ist ein ganz anderer Sport. Das ist das bessere Fitness, finde ich. Das ist also für mich mit das Beste. Also ich bin auch kein Fitness-Typ so an sich so mit Gewicht und so, aber das ist für mich das Beste Training überhaupt. Ganz Körper-Training, alles, Mann. Ich finde Fitness ziemlich langweilig und eintönig. Ja. Aber es ist schon effektiv, wenn man es mag, ja? Ja, klar, wenn man es mag. Wenn man es mag. Aber ich bin halt eher so der, der halt was tut, oder? Ja, ich bin auch. Der hier ist schräg da drin. Schau, Leute, ich bin nicht gekommen, Alter. Oh, eine Tatsche. Komm, geh die bestanden, oder? Hm? Der hol da? Ja. Ja. Wie gehts hier, Alter? Wie gehts hier, Alter? Ein paar Stunden, Alter. Ich will ich sagen, wann kommst hier? Wann gehen wir? Und dann ist es klein gefällt. Händen wir den. Was geht, Bro? Mein Gott, den kenn ich noch. Was ist das für den Letzten drauf, Mann? So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Wtf? Du kommst, ich bin nicht drüber, Alter. Aber hier sind sie hier drin. Letztes Mal waren sie da drin. Hey, wtf, Mann. Ja, letztes Mal war hier so eine Tatsfahrtfahrt drin. Natürlich sind sie nach oben. Okay, crazy, Mann. Echt? Das ist ja anders crazy. Okay. Game ist tot. Ich verstehe null, Mann, dann null. Wie soll das funktionieren, Alter? Da ist irgendwo One Piece auf. One Piece. Review. Wo habe ich auch Magic gesehen. Kannst du dir einen Nebenzüge in dieser Welt vorstellen? Wie wieder, Mann. Warum nicht? Manface. Was würde dich für jemand zurückklappen? Oder wieso nie wieder? Das ist alles so kompliziert. Ich check's gar nicht mal, Alter. Schau's mal an, hier. Was würde mich zurückklappen? Gar nichts, Mann. Nur John seit dem Turnier. Da spiel ich vielleicht noch mit. Aber nur aus Scaldi. Aber sonst. Hey, Mann. Das haben wir schon gesehen, oder? Das ist leer. Das ist leer. John wieder in seinem Element. Hey, was ist da los hier, Alter? Keiner hat Goat gehabt. Aber ich wollte einen bekommen. Kannst du dir wieder vorstellen, zu zocken? Ich spiel ja wieder. Aber nur Goat. Nur Goat? Normal? Keine Chance. Jeden Samstag FT? Hä? Jeden Samstag FT aufhängen. Das geht sogar. Oder wie der Song mit Trader werden, Mann? Trader keine Chance. Trader enthält mich. Schau mir an. Der ist jeden Samstag da eingeschlossen. Kann gar nichts machen. Wieso? Und die wechseln sich doch ab? Ja. Und du kannst auch nur online machen, oder so. Es lohnt sich doch gar nicht mehr online zu machen. Warum? Weil gerade machen hat Leute. Also seit dem 1.1. Vorher ist das Gesetz ausgeschlossen. Wenn du über 2.000 Euro Umsatz brauchst, du bist das Finanzabmeldung. Wir melden alles deins Finanzamt. Ja. Erinnerst du dich noch an die Interviews? Was? An deine Interviews auf dem weiten Kanal. Wo du einfach Leute interviewt hast. Ja, ja. War echt geil, Mann. War echt lustig, Mann. War echt geil? War echt lustig, Mann. Das war sein Verbat, Mann. Ja, Mann. Ich weiß nicht noch, wo wir jetzt, wie heißt sie, eine Mädchen interviewt haben. Wir haben echt viele Mädchen interviewt. Ich war noch einmal mit Tochter und Vater. Aber das war auch kein Mann. Ja, was? Die beste war die eine, wie heißt sie noch mal, bei CCG Turnier in Köln oder so. Diese Runden. Alle so gekäuert haben. Mein Gott, die war jetzt Köln. Ja. Ja. Oh mein Gott. Das geht ab. Warte, Mann. Warte, Mann. Warte, Mann. Warte, Mann. Was? Das geht ab. Das ist ja klar, was man 8 sagt. Ist doch klar, Mann. Das ist ja klar, was man 8 sagt. Du warst auch geschnitten, Mann. Wie? Wir wollten uns mal spielen, ne? Ja. Weil wir gespielt haben. Bro, wir sind uns Ende des Monats. Wir sind 10. Monat auf jeden Fall. Wir sind 10. Monat auf jeden Fall. Wir dürfen nicht mehr spielen. Aber generell. Man darf schon springen. Man muss nur 2 Euro bezahlen. Ich hab gehört Big Koala. Wir gehen U-Bahn. Wie geht ihr? Otto, wer fangst du mir? Ach, hier fahrt der Auto. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ich schau vorbei. Schau mal, bis nächste Woche. Echt? Stark. Ich muss schauen. Ah, wir haben erst Ries. Ah, okay. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Wir leiden nicht so viel. Wir wollen einen Stream vorbereiten, wie es ist. Aber da steht einfach. Du kannst das Programm OBS nicht öffnen, da dieses Programm auf diesem Markt nicht unterstützt wird. Königshacki! Ahoi da Chong! Pudel Chong, oder was? Es geht, es geht. Es geht, Chong. Wieso bist du hier? Wir wollten ein bisschen streamen für nächste Woche. Ui, das stimmt. Davor waren wir FT. Schön TPT Comeback für den alten Channel. Und wie war es? Wir wurden rausgekickt. FT Ends. Dreckige Leute. Von dir? Man startet endlich den World Peace Kanal. Der hat doch schon gestartet. Nein. Es ist noch nicht online. Nein, gar nichts. Duell, Deck Profile. Du hast direkt trainiert. Wenn ich nichts mache, passiert nichts. Ja, du bist der Video Editor. So wie in Westmits. Wenn ich nichts gemacht hätte, wäre auch nichts passiert. Auch wenn es jetzt nicht so gut wird. Vielleicht bei 200. Oh mein Gott. Wie viele die am Anfang waren. Nein. 50, 60 oder so. Ja, ja. Und dann hat man direkt schnell mehr. Fast 4 Hecks. 80, 90 und dann 120. Ich kenne es jetzt 140. Das war vor zwei Wochen habe ich geschaut. Vor zwei, drei Wochen. Das ist ernst krank. Das sind halt echt selten. Alle DOS verkaufen. Und One Piece Garten kaufen. Ey, ich schwöre, das ist zu krass, One Piece. Bitte noch einmal für die Kamera faken. Oh, yes. Kamera wird mitgespielt. One Piece. Ja, Mann. Leute, ich schwöre es euch. Sag mal, welche Serie geht über 24, 25 Jahre? Conan. Pokémon. Ok, direkt zwölf. Aber da ist eine Message. Da ist irgendeine Nachricht am Ende. Wie bei Matrix. Spiel das, Mann. Schau mal ein Deck an. Alles Holo meins, geil. Das Garten würde ich gar nicht aufmachen. Alles Ultra. Ja, alle Pudler haben einen Deck im Holo. Das ist zu einfach. Aber Holo ist schon teuer. So ist es nicht. Bestimmt. Im Insimodus. Also es ist nicht so teuer, aber... Ok, wenn du im Insimodus bist, in was für einem Modus bin ich dann nicht. Wir sehen uns nächste Woche. Ist nicht so okay.